Willkommen zurück zu Let's Play Portal Preloot und jetzt bin ich runtergefallen Schlecht Denn wir müssen jetzt wieder da hoch, denke ich Mal gucken, was war da oben eigentlich? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr, was war denn da oben? Warum wollte ich da unbedingt hoch? Achso, da wollte ich hin, glaube ich Okay, dann machen wir da nochmal hochgehen tun, machen wir Und ja, da hin, da hin, ähm, da hin, da hin, da hin und ja Okay, was ist da? Habe ich blau hin gemacht? Es kommt alles orange hin und so Sind wir da? Hier ist nichts Okay, da ist ein Mann Wo ging es denn lang? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht Wo ging es lang? Ähm Da unten ist tot und da ist gar nichts mehr Okay Das verwirrt mich jetzt Das bringt mich wirklich durcheinander Gehen nur mal da hoch, vielleicht habe ich gerade irgendwas übersehen, weil ich so strohdof bin Und wir gehen da durch, da Und das kennen wir jetzt ja inzwischen alles schon Hui Vielleicht machen wir da ein Portal hin, dann springen wir da durch Dann sind wir wieder da Oh, hallo Mensch, der mit zuguckt Äh, hallo Kamera Äh, ja Ähm, ne Dumtudum 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 Vielleicht war da neben noch irgendwas drin Es sieht nicht so aus Also gehen wir wieder hier hin Oder so Wir sehen können wir auch von da direkt Hm, oh da hin Da hin Oh, ne, das geht nicht Aber wir gehen nochmal hoch Einfach weil ich Keine Ahnung habe, wo wir hingehen müssen Hier geht es nirgendwo weiter Es ist verwirrend Unfassbar, verwirrend So Dann, nein Aber wenn wir hier hoch müssen Dann müssen wir hier irgendwo weiterkommen Ah, oh, ja, ich sehe, ich sehe Nein Ah, Leckmilch Warum bin ich halt endlich runtergesprungen Es gibt Dinge im Leben, die muss man nicht verstehen Zum Beispiel das gerade Das war völlig sinnlos Um und da hin Ey, da hin Und da hin und springen und durch Okay, wir müssen mal gucken Da ist nichts, da ist nichts Müssen wir mal gucken, bis hier hin können wir gehen Ähm Können wir da irgendwie hochspringen Ich nehme mal stark an Ja Ich glaube, ich habe so eine grobe Ahnung, was wir machen müssen Wir müssen erstmal gucken, wie ich das paar Teile am besten hinmache Okay, wir probieren es erstmal nochmal so Vielleicht klappt es ja aus irgendeinem Grund Und jetzt ist schon beim ersten Mal So Da, da, da Da Oh nein Fuck Und da War schon zu langsam, glaube ich Nein, war noch nicht zu langsam So, rauf, sind wir um, sind wir um Wir sind um Um, 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 umh Okay, damit der nächsten bisschen Und das Müssen wir sie wohl Also nicht eben das vom Und das mit der Und da Wenn denk mal gucken was das erwartet Okay Geh auf Worab Important Agreed Gut Okay Was ist das? Was macht hier Geräusche? Hallo. Okay, das Geräusch hat mir gerade Angst gemacht. Mal gucken. So. Nein, okay, das geht nicht. Gut, müssen wir einen anderen Weg finden, der hoffentlich funktioniert. Gut, ich bin nicht gesprungen, das war doof. Gut, versuchen wir es nochmal. Loading. Ja, ist okay. Ja, geschafft. Gut, oh mein Gott. So. Was war daran jetzt so schwer? Hö? Das war jetzt nicht wirklich schwer. Das war knapp, nicht wahr? Hey, ich bin zurück. Ich habe nichts verloren? Okay. Well, yes. In fact, you missed the signal. That was one of my favorite test chambers. She's so fast. Is she still alive? Of course she is. Oh crap. Too bad. Hey, Abby. Do you know that 30% of our test subjects die in the previous room? I'm sure it makes you happier. Okay. After that. Okay. Welcome to the 7th test chamber. If I learn, I be careful with these walls. For once. Welcome to the 7th test chamber. What? If I learn, I be careful with these walls. For once, I recommend you to listen to what this guy says. I hope it's right. Yeah, yeah, as my stepmother. However, I do not recommend you to listen to her. Hey, shut up. What? Was. Is. Das. Gut. Da kommen wir so nicht durch. Aber ich hab so ne Ahnung wie es funktionieren könnte. Willkommen im 7. Test. Oh scheiße. Ah, es war... Nicht gut. Oh mein Gott. Ich weiß perfekt, was ich sage. Dankeschön. Wir kommen zur Testchamber Nummer 8. Es ist eine Zeit. Mike ist weg, mit jemandem zu sprechen. Hey, ich hoffe, dass du diese fungigsten Wälder in der vorherigen Runde liebst. Weil, in der Grunde, diese Runde gefährlich ist. So schnell zurück! Dieser Rume ist... Nein, nein, nein! Nein, nein, nein! Oh mein Gott, oh mein Gott! So, rüber, 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 rüber! Oh mein Gott! Oh mein Gott! What the fuck is... Oh mein Gott, oh mein Gott! Oh mein Gott, Oh mein Gott, Oh mein Gott! Oh mein Gott, Oh mein Gott! Oh mein Gott, Oh mein Gott! Ich habe dich nicht erwähnt, dass ich einer der Designere in dieser Ruhe war. Ich bin sicher, dass du nicht wirklich verrückt hast, wer sich zu tun hat. Dieser Raum ist ja... Aber ich finde jetzt nicht wirklich schwer. Also, not really. So, wirklich, so nicht, ne? Also... Nein, wir haben Brenner Haro, mein Gott, sind wir cool. Okay, aber ja, wenn man das raus hat hier, und wenn man weiß, wie das dann geht, dann geht's eigentlich. Denke ich mal. Oh, schon wieder. Oh fuck, 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 fuck. Oh nein, bitte nicht schießen, bitte nicht schießen. Shit, scheiße, 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 scheiße. Es sieht aus, als ob du dich in diesem Raum steigst. Es ist nicht so schlecht, dass ich nicht so emotional als ich bin. Okay! Ja okay, aber das geht. Eigentlich. Geh da rüber. Nein, nicht runterfallen, nicht runterfallen. Boah, was machst du? So, 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 so. Okay, und nochmal rüber hier, rüber hier, rüber hier, hier rüber, rüber, rüber. Ah, los, komm, 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 komm. Nein, 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 nein. Okay, also es geht weg, wenn das Ding... It looks like you managed to track yourself in this room. Too bad, I'm not as emotional as mine. To be honest, I was waiting for this moment. Goodbye.